Jetzt bin ich hier im Fitnessstudio. Manni wird den Mädels mal zeigen, was Sache ist. Los geht's. Tag zusammen. Moin. Servus. Alles gut? Also ich bin Manni. Ich komme aus Kastrup-Rauxel. Und am Anfang ist jetzt mal wichtig, dass wir alle ein Team sind. Einfach mal hoch, runter, ganz normal. Dann machen wir zusammen. Vor, zurück, runter. Eins. Zwei. Rücken, Rücken, Bauch, Bauch, Po. Kommt natürlich gleich. Wieso machst du nicht mit? Ich kann das nicht mitmachen. Was können wir denn für dich machen? Weiter. Schön, weiter, Männer. Komm. So, super. So werden wir fit für nächste Woche. Das ist klasse, Mensch. Das sehe ich was kommen. Warten wir mal für dich. Für die Beine. Für die Beine. Für die Beine. Dann machen wir Doppelhops. Richtig zeigen. Doppelhops geht so. Das ist Doppelhops. Das ist Doppelhops. Ja, ich bin ja ausgebildet. Der Trainer so ist das ja nicht. Ich kenn mich schon ein bisschen aus. Mach mal ein bisschen was für die Beine. Das kannst du auf jeden Fall machen. Erstmal Pause. Wieder hochkommen. Du, Leute. Doppelhops machen. Auf jeden Fall. Super. Erstmal wieder hochkommen. Ein bisschen locker. 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 Fenster heftig. Machen wir zu. Zieh. Ne? Das ist kalt geworden, ne? Spinning. Was ist das denn? Wunderbar. Das ist auch für die Beine natürlich gut. Brauchen wir natürlich wieder, ne? Am Wochenende, wenn es losgeht. Ne? Und dann fangen wir mal ganz locker auf der Stelle an zu hüpfen. Und fang schon mal ein bisschen an. Damit das am Wochenende mal klappt. Ne? Letzte Woche war das nicht gut. Das erkläre ich doch gerade. Am Wochenende ist wieder Spiel. Ne? Wir haben in der letzten Woche versagt. Ne? Als Team. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir am Wochenende fit werden. Deswegen Kopfball. Ja? Also wenn wir jetzt so hüpfen, dann einmal den hier. Ja? Dass wir vorne auch die Bälle rein kriegen. Los jetzt. Kopfball. Also hoch. Ja, das ist schon ganz gut. Am höchsten Punkt, Mensch. Am höchsten Punkt. Hoch. Guck mal. Am höchsten Punkt hier. Das ist der höchste Punkt. Guck mal. Das ist der höchste Punkt. Da muss die Flanke hin. Und wenn da die Flanke hin kommt, dann gewinnen wir das Ding auch. Super.